Jetzt haben wir uns in einen Wolf verwandelt und eine kleine neue Begleiterin, deren Name noch nicht so wirklich hier uns nicht gekommen ist, aber wir wissen ja, wer es ist, es ist Mied, ne? Aber das kommt später noch. Wir sind jetzt in Gefangenschaft, wir wissen nicht wo und versuchen gerade zu entkommen und haben auch schon gemerkt, schau, schau, mit unserem Gespür sehen wir hier italianische Soldaten und irgendwas ist halt nicht ganz korrekt hier. Wir sind halt in diesem Schattenreich. Naja, weiter geht's. Herzlich willkommen zurück. Twilight Princess HD ist das. Und ich bin euer Kerlervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ab geht's. Ja, das Gespür soll man weiterverwenden. Verstehe ich. Hm, was sind das da für kleine... Was ist das eigentlich? Wasser ist weniger geworden und kommt mir das nur so vor, aber wo geht es jetzt wohl lang? Suche, verlegst. So strange. So strange. So strange. Es ist unglaublich. Aha. Ein Herzchen für mich. Für mich ist ein Herzteil bisher gefunden. Okay. Schauen wir, was hier lang geht. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Ja, das hatten wir schon. Oh, das ist so strange der Sound, hey. Es ist unglaublich. Okay. Okay. Die Geräusche sind schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Was bringt mir das bitte? Ich würde überlegen... Ah! Hier geht es lang, okay. Okay. Na schau, und als Hund kann man wahrscheinlich auch wirklich schwimmen. Geht man mal davon aus. Ach, der Soundtrack ist so geil. Ich liebe es einfach. Hoppla. Da kann ich wohl nichts machen. Das hätte mich jetzt umgebracht, wenn wir im Helden-Modus gespielt hätten. Also gut, dass ich es nicht gemacht habe. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Also, sie können sie sehen. Raus! Ich muss hier raus. Okay. Ich bin jetzt noch immer gewohnt, dass ich es links habe. Alles. Aha, aha, aha. Da kann man wieder was ändern. Wie es aussieht. Okay, machen wir. Aber erst später. Ich gehe mal da entlang. Ich wäre ja gerne. Aber ich habe ja Mietner jetzt nicht mehr. Wobei, braucht man sie zwingend? Ja, ich weiß. Ich bin echt schlecht aktuell. Echt nicht gut. Echt nicht gut. Sprich. Was sind das nur für schwarze Monster? Solche Piste habe ich noch nie gesehen. Tja. Wäre schon. Ah ja, das lässt das Wasser wieder abfließen. Alles klar. Okay, danke. Ja, das ist problematisch, dass ich jetzt noch, dass ich jetzt keine Herzen mehr habe und nichts. Aber egal. Ah, schon wieder die Teufelchen. Was? 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 Er hat nicht reagiert. Er hat nicht reagiert. Ich habe B gedrückt und er hat nicht reagiert. Zumindest am Anfang nicht. Ich mache das alles für einen Rubin immer. Mal schon. Billig. Haha. Na, was sagt man denn dazu? Ich muss mir erst mit der Steuerung vertraut machen. Mein Gott, die haben alle Angst. Ihr Götz in den Hyrules. Ich bin doch nur ein einfacher Soldat, der niemandem Böses will. Bitte, er rettet mich vor diesen schwarzen Monstern. Okay. Okay. Also, wir sind noch Tutorial-Wise unterwegs. Ja, wir sind im Schloss Hyrule, das ist ja klar. Irgendwie logisch. Strange Musik. Aber geil. Bin schon gespannt, wie viele Episoden wir diesmal schaffen werden. Oh Mann, was sollte denn das werden? Ja, ich weiß nicht. Probieren. Nur die Frage, wie kommen wir jetzt weiter, gell? Sag mal. Ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit ZL ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Ja. Oh. Cool. Das macht Spaß. Das ist spaßig, ja. So Quick-Action-Events sozusagen. Cool. Ach so. Wäre es so auch gegangen, oder was? Ha. Aber so könnten wir runter an die eine Stelle. Alles klar. Das ist so strange. Es wechselt nämlich beim Ohr, wenn man es mit Kopfhörern hat. Links, rechts, links, rechts. Die ganze Zeit der Sound. Rauf, 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 rauf. Come on. Okay, als Hund hast du so ein Gleichgewicht, da brauchst du nicht mal balancieren. Der kann das einfach von sich aus. Schauen wir mal, was passiert. Also das mit der Treffsicherheit als Wolf ist jetzt noch nicht so gegeben, muss ich sagen. Hey, das ist so eine Katzenfledermaus, wie es ausschaut. Da haben sich die Monster wohl in andere Monster verwandelt hier. Okay. Und jetzt? Das ist die Frage. Und jetzt? Hier komme ich nicht durch. Und da komme ich wohl auch nicht hoch. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir hier sind. Inzwischen weißt du doch. Ja, wer will mich wohl kennenlernen? Ich weiß es! Aber ich sag's nicht! Schloss Hyrule, wirklich bodenlos hier, unglaublich! Was ist nur los in Schloss Hyrule? Und das hat es uns ja auch jetzt endlich verraten, um was es hier geht so. Das ist mir schon klar! Mann! Ich weiß oft nicht, wann kommen jetzt Cutscenes und wann nicht und was ist dann relevant? Das muss ich erst mal eingrooven hier. Die Steuerung ist sehr ähnlich zu Ocarina of Time. Nochmal! Grausige Vögel! Ich werde jetzt einfach durchrushen hier. Oder nicht! Oh! Fuck! Ah, schon wieder beide machen! Alter, die erwischen ist ja wieder ein Traum! Als Hund erwischst du einfach nichts! Kommt mir vor! Naja, egal! So! Weiter geht's! Ah, du, die Vögel sind nervig! Bist du deppert! Okay, egal! So! Noch immer nicht! Gibt's hier nicht! Werd kaputt! Alter! Ich wäre dann ganz schön dankbar, wenn der mal kaputt wird! Also, wenn die Vögel kaputt sind! Ja, ich weiß! So! Hopp! Cool! Ich glaube da vorne sind wir auch schon da! Hoffe ich mal! Schauen wir mal! Ich gehe einfach mal weg! Fertig! Ich gehe einfach mal weg! Oh! Ah! Mhm. Ich kaufe! Any table? Good day, always got me. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020